so grüßt euch heute funko pop pin number 19 finde ich mega geil glow in the dark zombie falcon ich mag diese pin sowieso was gibt es da noch so einen davon habe ich auf jeden fall habe ich den zombie iron man oder captain america habe ich auf jeden fall muss ich mir die alle noch kaufen weil zombie es tut mir natürlich leid wegen meinem fingerchen ich müsste den eigentlich bedecken es ist wenn man nicht wirklich gut ist im arbeiten verletzt man so okay beim nächsten definitiv so hier ist er ich liebe diese pins ich kann es immer wieder nur sagen okay man fichtelt ein bisschen blöde raus aber so sieht auf jeden fall aus dann hast du hinten die möglichkeit hat uns da halt hier diese drei pins sagt kann sie immer dran karten karten alter warum auch immer das gerade gesagt habe oder man kann ihn halt als stand benutzen ich habe jetzt so viele ich werde den wahrscheinlich als selbst benutzen müssen weil ich habe jetzt ein paar meine wie heißt es man meine tasche gemacht und jetzt habe ich einfach überhaupt keinen platz mehr obwohl der ist natürlich ziemlich geil müsste ich vielleicht gegen irgendeinen von den anderen tauschen ja ich glaube ja so sieht das zombie teil auf jeden fall aus dieser zombie im meile pin okay ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag lasst mir gerne kommi da lasst mir ein abo da link ist unten runter wenn ich ihn finde bis zum nächsten mal